Guck mal, guck mal hier. Plötzlich ist er hier angekommen. Oh ja, moin. Du bist aber sehr verspätet angekommen. Ja, das stimmt. Guten Morgen, wir sind wach. Wir haben hier gepennt. Und guck mal, guck mal hier. Es hat eben gerade ein bisschen geregnet und gewindet. Und dieser Hering ist abgerissen. Musst du mal wieder ranmachen. Das war cool. So, Koffein ist fertig. Jetzt wird Koffein gesoffen. Oh scheiße, es ist schon wieder windig geworden. Und der Hering ist abgeflogen. Und... Das ist natururinhaftes Zähneputzen. Jetzt wird Wasser hier reingetunkt. Dieses Flusswasser. Jetzt wird das hier drangeschraubt. Und die versüfte, leere Wasserflasche aufgefüllt. Und ich probiere mal. Ich muss sagen, das Wasser schmeckt gut. Das Wasser schmeckt besser als wie aus dem Leitungswasser. Oh scheiße, jetzt müssen wir hier schon wieder hochklettern. Jetzt müssen wir auch noch über diesen Scheißzaun rüber. Gerade so. Das ist italienischer Löwenzahn. Guck mal, guck mal hier. Hier vorne ist ein Einkaufsladen. Wir werden hier einmal einkaufen gehen. Das ist ein riesengroßer Laden. Und hier ist eine riesige Weinabteilung, oder wie das heißt. Das wird jetzt so richtig begutachtet. Dieser ganze Rucksack ist voll. Genauso wie seiner auch. Dieser ganze Rucksack, der ist so überfüllt. Der ist so schwer. Der fühlt sich an wie 45 Kilo. So, wir gelaufen jetzt mit dem schweren Rucksack zur nächsten italienischen Pizzeria. Um dort italienische Pizzasouze zu fressen. So, wir haben erfolgreich eine Pizzeria gefunden. Und hier werden wir jetzt Pizza fressen gehen. Die italienische Thunfischpizza sieht schon mal sehr lecker aus. Italienische Pizzasouze sind geil. Diese Tasche, die ist so richtig schwer. Es ist richtig beschissen, damit rumzulaufen gerade. So, wir sind jetzt zu unserem Schlafplatz wieder zurückgekehrt. Und wir haben hier das schon aufgebaut. Und ich bin ja eine faule Sau, weil ich habe euch das nicht dokumentiert, wie wir wieder über den Fluss gelaufen sind mit dem schweren Gepäck. Das hat viel zu sehr auf den Rücken gezogen. Guck mal, guck mal hier. Wir haben hier schönes Wetter. Es ist richtig schön warm hier. Es ist viel zu warm für einen Winterschlafsack. Guck mal, ich zeige euch unseren Schlafplatz. Von dieser Perspektive aus. So sieht der aus. Der ist genauso aufgebaut wie gestern. Hier haben wir drunter gepennt. Oh, guck mal. Der Koffein ist fertig. So, ich bin jetzt gerade hier am Fluss. Und guck mal, guck mal hier. Das hier, das ist meine kleine Dusche. Den habe ich selber gebaut. Meine selbstgebaute Dusche funktioniert so. Und damit werde ich mich jetzt duschen. Mit diesem italienischen Flusswasser. Ich wollte anfangs da reinspringen. Aber dieses Wasser ist viel zu kalt, um reinzuspringen. Und viel zu ungemütlich. Deswegen habe ich mich so mit meiner selbstgebastelten Dusche hier gewaschen. Und das hat geklappt. Und guck mal, guck mal hier. Ich werde jetzt hier meine Klamotten waschen. Ist im Fluss. Meine dreckige Wäsche, die wird hier so richtig gewaschen. Und hier so richtig in diesen Schlamm hier reingewühlt. Damit das richtig dreckig wird. So, jetzt habe ich hier meine Sachen zum Trocknen gelegt. So, wir sind losgelaufen. So, wir laufen jetzt über meine selbstgebaute Brücke rüber. So, das ging sehr gut, klar. Es dauert nicht mehr lange, bis wir da sind. Aber das schließt auch sehr bald. Prüfen, ob wir gleich die Seilbahn erreichen. Pünktlich. Jawohl, hier vorne ist diese Seilbahn. Wir sind hier angekommen. Fünf Euro hat das gekostet. Genau, und hier laufen wir jetzt rein. Wir fahren jetzt diese Bahn, äh, diese Gondel oder wie das heißt. So eine Seilbahn hier rumzufahren, ist irgendwie interessant. Wir fahren immer höher und höher. Auf diesen Berglandschaften auf. Bei mir aus den Nippeln, da können Scheren draus wachsen. Aber ich merke gerade, je höher wir gerade fahren, desto mehr verspüre ich so ein Ohr drücken. Guck mal, hier geht das schön tief runter. Boah, dieser Druck auf den Ohren jetzt. Jetzt wackelt das hier und drückt in den Ohren und so. So, je höher wir fahren sind, desto mehr Schnee kommt. Und ich glaube, hier vorne ist Ende. Komm, komm, komm. Wir sind angekommen.